131, erster Lightning, erster Lightning, geile Wasser-Kong-Fu. Ist wirklich alles gut hier. Ja, alter K.O. knabbert an meinem Ohr, ja. Wir haben einen coolen Haag. Haag hat er nie gezogen, okay. War kaputt. Alle, die neu im Stream sind, ich habe voll einander Klatsche. Richtig heftig. Aber so bin ich halt. Materia Cat schon wieder. Dieses ASMR ist schon lustig. Richtig lustig. Echt Hammer. Habe ich eigentlich den Dings-Sound an? Nein, ja doch. Oh, eine Labis. Hat jeder Anfänger hier im Spiel. Ist ein super Toy. Könnt ihr euch bauen für Giants. Und für Dragons. Für T.O.A. Und natürlich am Anfang auch für die Arena. Werwolf. Ist das nicht geil? Und schon wieder ein Lightning. Was für eine geile Quote. Da ist der Barbar, den Robben nie gezogen hat. Ist das nicht geil? Bester Barbar. Von den normalen Elementen. Natürlich, Tag und Licht sind auch geil. Ja. Danke übrigens für die ganzen Followings. Teufelzäger. Teufelzäger. Harpy. Das ist angsteinflößend. Das war euer Vorschlag. Dieses ASMR. Gleich hat Karo keinen Sinn. Ach, warum denn? Alles gut. Pinguinritter. Im Champion. Epikon Priester. Lightning. Lightning. Mach ich euch Angst. Mach ich euch wirklich Angst. Okay. Ich hör auf. Sorry. Ich hab vergessen, es wieder leise zu machen. Flüster wieder mal. Nein. Mikro übersteuert. Ja, sorry. Ich hab nicht leise gemacht. Ich muss es sehr laut drehen, damit ihr überhaupt was hört. Meine Gilde Lux Aterna V. Stolpi TV. Ich grüße auch Lux Aterna. Ich hab TV verstanden. Ich danke, danke, danke dir für deinen Zapf. Übersteuerlich. Ja, ich hab's schon wieder leiser gedreht. Also sollte jetzt nicht mehr gehen. Viel besser. Ja, es geht jetzt weiter. Ey, das war euer Vorschlag mit dem ASMR. Und ich fand's auch wirklich lustig. Und die Lightningquote ist echt gut. Und wir haben hier den Wintoros. Messity. Wow. Das war deine erste Gilde und du bist raus? Ja, Anubis. Ich brauch auch Anubis Skill-Ups. Anubis sind gerne bei mir auch gesehen. Happy. Dies ASMR ist an sich einfach nur flüstern. Da gibt's echt viele Videos von. Ich hab mir das einfach anguckt. Ich find das wirklich lustig. Ich find das wirklich lustig. Ich hatte mir auch wirklich schon mal überlegt, so ein Video zu machen. Und ich weiß, das wird viele nerven. Aber, ja, jetzt nehmen wir Chakrams. Ja, jetzt brauch mir noch ne Boomerang. Die meisten ziehen dann, wenn ich ein Opening mache, fünf Chakrams oder so. Ungefähr. Aber es ist einfach nur flüstern. Flüstern, flüstern, flüstern. Deswegen hab ich den Gain, ja, so die Lautstärke des Mikros, die Empfindlichkeit des Mikros hochgestellt. Und hab vergessen, wo ich dann normal angefangen hab, den Gain wieder runterzustellen. Was? Hoffentlich zieht sie eine Annabelle. Jeder braucht eine Annabelle. Sie will Verath. Verath ist das Wunschmonster hier. Verath ist das Wunschmonster. So. Okay. Die ganzen coolen Freestars, die jeder braucht. Vor allem hier, die Materia Cat. Mäh. Äh, alles mal rübergeklatscht. Ja, Wun, wir damals inaktiv geworden. Hatte 20 Beteiligungen und 20 Steine am Ende der Woche. Ach so, okay. Übernächste Lightning. Übernächste Lightning. Okay. Äh, wenn du das sagst, bin ich einmal gespannt. Au. Und bin jetzt bei Leuten aus Jack's Dream. Ah, okay. Wasser Ninja auch übrigens. Nice toll. Zum Beispiel Retail Arena, Forster Arena und so weiter. Übernächste Lightning ist das nicht. Das ist ein Travel. Hä? Wir müssen dem Robbe Schande tun. Er hat hier auf 05s getippt. Der denkt wirklich nur an Troll2us. Das gibt's doch gar nicht. Was sagt der nicht so wirklich? So. Materia Cat. Wüstische Hexe. Kriegsbär. Aber die Lightning Quote ist echt gut. Also da können wir uns nicht beschweren. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Oder Molong. Ich geh ja schon. Wieso? Wieso sollst du gehen? Nein. Nicht gehen. Aber du hast mich angelogen. Das ist kein Fangyang. Das war ein Trevor, der übernächste Lightning und so. Varad ist echt OP. Varad ist mega. T.O.A. Allgemein. Man kann immer Dragons einsetzen. Im PvP-Bereich. Gott. Das ist einfach ein nice Monster. Und schon wieder Anubis. Haut nein. Und schon wieder ein. Sehr geil. Inferno. Bierman. Im Champ. Hallo. Hey. Was ist mit dir, Robbe? Du wirst doch nicht wirklich recht haben. Bitte. Bitte. Der ist gut. Ja. Der ist wirklich gut. Von den normalen Elementen, von dem finde ich den am besten. Feuer höchstens noch für Windrift oder so. Ladies and Gentle Nerds. Bitte gib uns irgendwie einen Nut5. Am besten Varad. Ich weiß, die Chance einen Varad zu ziehen ist sehr gering. Aber überhaupt. Irgendeinen Nut5. Kein Typ. Wär übelgeil. Hier für Laura. Der ist mein Account, dann würde ich sagen. Egal. Aber bei Lauras Account möchte ich bitte hier noch irgendwas raushaben. Hat kein Recht, etwas zu sagen. Oh. Der Arme. Aber. Ich will Nut5 sehen. Ja. Blitze sind mega. Also auch das, was rausgekommen ist hier. Einige Skillups. Denke ich mal. Für sie. Weil ich denke, sie hat schon echt viele Monster. Aber wir gucken auch gleich nochmal hier. In der Sammlung, was sie da eigentlich überhaupt hat. Aber hey, wir hatten über 100 Rollen jetzt schon wieder. Ja, man sagt alle 200 Rollen. Aber man kann ja auch mal eine Ausnahme machen. Und jetzt kam nicht mal mehr ein Lightning. Windscroll. Windscroll. Wasserscroll. Oh mein Gott. Feuerscroll. Oh. Feuerscroll. Rackern. Oh. Pirate. Pirate. So ein Buff für den Feuer Pirates wäre es auch, ne? So Bomben Explosion oder so. Ja, Kombi mit Ciara oder so. Auch eine geile Sache. Mäh. Wo ist Laura? Feli ist Laura. Also nicht die Laura, nicht die Jackie Chan hier. Jackie Chan. Sondern hier Feli. Das ist die Laura. Das ist der Account von ihr, ne? So. Okay. Ich will hier Geld zurück. Ah, Eschia. Ja, Belagungskampf. Oh man. Drunk Master. In that Five. Also ja, Lightning Dark. Lightning würde schon reichen. Kein Hall of Heroes Monster am besten. Ja. Ja. Wir bekommen beiden Herausforderungen jetzt. Den können wir uns erfahren. Und was bekommen wir? Den Yeti Dark in der Rolle. Scam Light and Dark. Einmal nur Scam. Scam Light and Dark. Scam. Absolutes Scam. Gizet. Ja. Mega. Cool. Ich glaube, es gibt's cooler Lightnings. Oh, hier. Lightning. Schon wieder. Schon wieder der Wasser Ninja. Troll to us. Verrott. Please. Dat Five. Verrott. Irgendwas. Tau ist Wasser. Mega cool auch. T.Y. T.Y. Hart. Ach, komm schon. Und war das doch nicht deine alte Gilde? Okay. Wir haben nur noch eine. Hilfe. Komm, du Arsgott. Wieso? Wieso tust du Laura das an? Was hat sie dir getan? Alles Robb ist schuld. Chat. Robb ist schuld. Der hat auf Null getippt. Der kriegt auch... Leute. Acht Prozent. Das ist bestimmt Robb. Robb hat nicht wirklich... Jetzt diese 3873 Caps. Hat noch jemand auf Null getippt? Hat noch irgendjemand auf Null getippt? Bitte sagt mir ja. Nicht, dass Robb jetzt alles bekommt. Dem muss ich gleich wieder alles abziehen. Das ist Scam, was er tut. Sagt mir bitte, irgendjemand hat auf Null getippt. Easy. 22 Prozent Video. Oh, du Kasson. Du, Robb. Robb, mach mal Ausrufezeichen Caps. Mach mal. Ich will erst mal sehen, wie viel Caps Robb hat. Danach lösen wir in Contest auf. Das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Nein. Null. Robb hat 940 Caps. Okay. Ich hatte auch... Ach, du hattest auch auf Null. Okay. Trotzdem, Robb. Contest aufgelöst. Du hast nur 5 getippt. Hä? Wie? Viele haben auf... Okay, er hat nur 1034. Okay, der Aufstieg ist okay. Dann hat jemand anders hier extrem viel jetzt gewonnen. Definitiv. Extrem viel. Oh, mein Gott. Null. Null. Null net Fives. Null. Lächerlich. Lächerlich. Kein Werat hier. Nix. Annabelle hat sie schon. Kami hat sie. Molong. Na klar. Deswegen kam kein Werat, weil du Molong hast. Hast du Molong? Hast du kein Werat? Lächerlich. Molong.